Hallo Freunde des Videos, Willkommen auf meinem Kanal. Heute ist vermutlich die letzte Ausfahrt in diesem Jahr mit Hose und Trikot kurz. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Jetzt fahren wir hier ein bisschen nach Polen umher, oder? Ja, nach Radomirsitsche. Ja und von dort aus, wie geht es weiter? Dann zum Berzi und dann Berzi entlang und dann wieder zurück. Ja, so machen wir das, oder? Ja. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Ja, bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020